Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unsere Freitagnachtausgabe und die ist ja wie immer eine freie und offene Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch. 0800 220 50 50 oder mailt domian.wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Daniela. Hallo Daniela. Ja, hallo Domian. 26 Jahre bist du alt, ne? So ist es. Weswegen grufe du an? Ich rufe an, um einfach mal über die Wichtigkeit eines Organspendeausweises aufzuklären beziehungsweise einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung zu erzählen. Wie ist die eigene Erfahrung? Ja, ich bin selber Nieren transplantiert. Ich habe letztes Jahr am 12. Juli eine Lebend-Nierenspende erhalten von meinem Vater. Ich war davor zwei Jahre selber an der Dialyse und habe diese Zeit in nicht so gute Erinnerungen. Es hat mich halt ziemlich an meine Grenzen gebracht. Also das heißt, der Papa hat eine seiner gesunden Nieren gespendet für dich. Ganz genau. Er hat sie sich rausoperieren lassen und du hast sie bekommen. Genau, seine Linke, um genau zu sein. Man kann ja, glaube ich, mit einer Niere gut leben. Ja, also dem geht es auch soweit ganz gut. Der muss auch keinerlei Medikamente nehmen und nicht. Der hat eben halt einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Niere weniger. Ja, das finde ich ja immerhin immer eine ganz tolle, eine ganz große Sache, wenn jemand das für jemand anderem tut. Ja, das ist absolut super, ja. Wie kam es denn, wie hat sich diese Entscheidung entwickelt, dass dein Vater seine Niere dir schenkt quasi? Es war so, als dann feststand, dass meine Nieren sich also wohl von alleine nicht wieder erholen würden, hatte sich zunächst mein Verlobter, damals war er noch mein Verlobter, jetzt mein Mann, erst angeboten, sich testen zu lassen, ob er mit mir halt kompatibel ist sozusagen, weil er wollte mir zuerst spenden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, also das kann nicht jeder jedem eine spenden, ne? Nein, das ist so, also es wäre schon schön, wenn die Blutgruppen auf jeden Fall übereinstimmen. Mittlerweile geht das allerdings auch, wenn das nicht die gleichen Blutgruppen sind, aber das ist dann ein etwas komplizierteres Verfahren, aber das erleichtert die Sache ungemein, wenn es die gleichen Blutgruppen sind und wir hatten die gleiche Blutgruppe, beide A. Ja, alter Papa und du? Auch. Ja. Also er hat A-negativ, ich habe A-positiv, aber das ging trotzdem. Und wir haben dann, also als dann, ja, dann hat mein Vater auch gesagt, ja, ich lasse mich auch mal testen und mal gucken, wie das bei mir so ist und ja, dann passt er auch. Ach so, der Freund, der passt ja auch und der Vater passt ja auch. Ach so, verstehe. Ja, ich hatte die freie Auswahl sozusagen. Ach so, beide hatten sich bereit erklärt, die Niere zu spenden. Ja. Und wie kam es denn zur Entscheidung, dass du gesagt hast, ich nehme die vom Papa? Ach so, da haben natürlich die Ärzte auch eine große Rolle gespielt. Ja. Die haben mir natürlich aufgezeigt, dass es klüger wäre, zunächst den Älteren der beiden zu nehmen. Ach, ich würde jetzt spontan sagen, vielleicht den Jüngeren, weil das Organ jünger ist. Ja. Ja, macht auch Sinn, aber bedenkt die andere Seite, ich spare mir sozusagen meinen Mann noch auf für in etwa 15 Jahren, wenn diese Niere dann hin ist sozusagen, dann habe ich immer noch meinen Mann in der Rückhand sozusagen, der dann hoffentlich noch selber gesund genug ist, um mir dann eine Sondernieren dann zu spenden. War denn auch noch so ein Argument, dass aufgrund der Blutsverwandtschaft das dann doch noch besser vielleicht ist für dich, wenn du die Niere deines Vaters nimmst? Ja, sicher. Es waren, also es müssen einige Punkte noch übereinstimmen, die halt in Blutuntersuchungen festgestellt werden. Es sind, glaube ich, 13 oder 14 Merkmale und bei meinem Vater passten sieben und bei meinem jetzigen Mann sind es fünf, die übereinstimmen, ich meine. Ach so, ach so. So, von daher war die Übereinstimmung schon größer bei meinem Vater, ja. So, jetzt hast du gerade schon angedeutet, das ist jetzt nicht so ein Organ für das ganze Leben. Nein, leider nicht. Man kalkuliert, stimmt das, so 10, 15 Jahre und warum eigentlich? Warum wird dann das Organ, erkrankt das Organ oder wird das abgestoßen oder was passiert dann? Ja, es ist ja so, dass von Beginn an eine permanente Abstoßung ja besteht, also der Körper... Weil der Körper denkt, das gehört nicht zu mir und weg damit. Richtig, der versucht von vornherein das abzustoßen, deswegen nimmt man ja auch unzählige Medikamente. Also ich habe hier eine halbe Apotheke liegen, um das natürlich zu unterdrücken, aber irgendwann greift es halt einfach die Niere an, die Medikamente greifen die Niere an und man sagt, im Schnitt hält die 15 Jahre von dem Lebenden. Aber es besteht dann die Möglichkeit, so hast du es gerade ja auch gesagt, dass man dann nochmal transplantieren könnte. Ja, sicher. Das ist kein Problem dann. Das ist kein Problem, wenn es mir selber auch noch gut geht, wenn keine Begleiterkrankungen auftreten. Ich meine, mein großes Plus ist, dass ich halt im Moment noch ziemlich jung bin. Ja, also die Operation war jetzt, sagst du, im Juni letzten Jahres. Im Juni, ganz genau. Ja, du wirkst sehr fit und fidel. Geht es dir auch gut? Es geht mir mental total super, weil ich einfach durch diese ganze Geschichte neue Hoffnung geschöpft habe. Ich muss nicht mehr an die Dialyse. Das war für mich eine sehr große Last. Ich glaube, dass das eine große Belastung für die Patienten ist, die immer an die Dialyse müssen. Also für mich war es ganz schrecklich. Ich habe auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, wieso, ich gehe noch halbtags arbeiten, kein Problem, davor oder danach. Und ich war immer sowas von fällig. Wie viel Mal in der Woche musstest du hin? Drei Mal. Drei Mal die Woche. Wie lange dauerte dann diese Blutwaschung? Jeweils vier bis fünf Stunden. Vier bis fünf Stunden. Je nachdem, wie viel man getrunken hatte. Man hatte ja eine Trinkmengenbeschränkung. Ich durfte 800 Milliliter am Tag an Flüssigkeit zu mir nehmen. Das ist ja nicht gerade sehr viel. Nee, nee. Und wenn man halt mal über die Stränge geschlagen hat, dann musste man mehr entzogen kriegen an Wasser. Und so musste man dann auch mal eine Stunde ranhängen. Ach so. Und währenddessen liegt man dann irgendwie auf so einem Klinikbett? Ja, genau. Und ist dann mit Schläuchen verbunden? Ich habe zwei Nadeln im Arm. Also ich habe ja einen Schand gelegt bekommen in meinen linken Unterarm. Das ist sozusagen der Dialyse-Zugang. Genau, ja. Genau. Und da kriegt man dann zwei Nadeln rein. Und dann läuft das Ganze, ne? Und dann läuft das vier Stunden. Ja. Also ich stelle mir das erstmal sehr belastend vor, wenn man das immer und immer und immer und immer über Jahre machen muss. Absolut. Und dann sagtest du gerade, man fühlt sich danach auch schlapp? Ja, absolut. Ausgelaugt. Total ausgelutscht. Ja, ich konnte kaum die Treppen hochgehen. Mein Mann, der musste mich immer hochschleppen. Insofern bedeutet das jetzt ein ganz großes Plus an Lebensqualität. An Lebensqualität. Hundertprozentig. Wie geht es deinem Papa? Hat er das gut überstanden? Ja, super. Er ist ja schon gleich nach vier Tagen nach der Operation nach Hause entlassen worden. Ehrlich? Nach vier Tagen? Ich stelle mir das so kompliziert vor, da so ein ganzes Organ rauszuschneiden. Also ist das offensichtlich für einen Chirurgen gar nicht so kompliziert? Für einen Geübten sicherlich nicht. Ich habe es ja in Hamburg machen lassen, in Eppendorf. Und die machen da ja fast tagtäglich diese Transplantationen. Die haben da ja richtig ihre Teams. und die sind da, so blöd es klingt, aber sicherlich schon routiniert. Ist es denn komplizierter, das Organ rauszunehmen oder ist es komplizierter, das Organ dann adäquat einzusetzen? Aus meiner Sicht würde ich sagen, es gibt sich nicht viel, weil man muss ja auch die ganzen Gefäße erstmal abklemmen und ordentlich entnehmen alles und den Harnleiter. Ich kriege das ja alles mitsamt Arterie und mitsamt Harnleiter und dann kriege ich das ja alles eingesetzt. Also das ist natürlich schon eine sehr filigrane Geschichte auch. Was ist das für ein Gefühl, jetzt das Organ eines fremden Menschen, wenn es auch dein Vater ist, in dir zu tragen? Ich spüre das Organ ja auch. Also wenn ich zum Beispiel im Schneidersitz sitze, dann merke ich, dass da halt was drückt. Also ich habe das Organ, das wird ja ins Becken eingesetzt. Also vorne rechts habe ich das Organ sitzen. Achso, das sitzt nicht da, wo es normalerweise sitzt? Nein, nein, da sind ja meine alten Nieren, die sind da noch, die bleiben auch drin, weil die schaden ja nicht. Achso. Die verkruppeln irgendwann. Dann ist die neue Niere vorne im Becken eingebaut? Vorne, ganz genau. Ach, also im Bauchraum? Genau, also über dem rechten Oberschenkel. Ach, das ist ein Ding, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, dass die alte Niere dann entnommen wird und dafür die neue eingesetzt wird. Nein, das ist nicht so. Ja, genau. Und deswegen, wenn ich halt da so mal im Schneidersitz sitze oder die Beine angewinkelt habe, merke ich schon, ich drücke irgendwo gegen. Ich spüre das sicher. Oder wenn ich auf der rechten Seite liege, dann merke ich das auch. Aber ansonsten denkt man da eigentlich... Denkt man nicht so sehr daran. Nee, mittlerweile nicht mehr. Es ist ja auch der Vater. Es wäre vielleicht noch wieder was anderes, wenn es ein ganz fremder Mensch wäre. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte mich so oder so auch über eine Kadaverspende, also es nennt sich Kadaverspende, hätte ich mich auch gefreut natürlich. Womit wir beim Thema wären, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Organspende und die Organspendenausweise. Ja. Ich glaube, ich habe heute irgendwo in der Zeitung gelesen, dass im letzten Jahr so viele Organspendeausweise ausgegeben wurden wie noch nie. Glaube ich. Irgendeine Überschrift, die bin ich sicher. Aber irgendwas Positives war es. Ja. Wo ich so dachte, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich noch lange, lange, lange nicht genug. Es herrscht absolut ein Mangel an Organen, sage ich mal. Also es sind wirklich knapp, glaube ich, 16.000 Menschen auf einer Warteliste für eine Niere alleine. Ich kann jetzt nur von der Niere sprechen. Und es sterben eben auch jedes Jahr die beträchtliche Anzahl an Leuten, die darauf warten und nichts kriegen. Genau. Das muss man ja auch immer unterstreichen. Das ist ja nicht nur, dass die Leute dann immer und immer länger warten. Die sterben irgendwann, weil kein Organ zur Stelle ist. So ist es. Genau. Und das ist eben das Tragische, weil es gibt ja genug Menschen auf der Welt und jeder passt zu irgendwem. Also ich habe ja auch meinen Mann, der passt zu mir zufällig. Und da braucht man gar nicht lange suchen oftmals. Und deswegen ist es dann halt sehr tragisch, dass, ja. Also ich sage es auch immer wieder gerne hier an dieser Stelle, wenn das Thema aufkommt und rufe dazu auf, dass die Leute sich so einen Organspendeausweis besorgen. Weil ich finde das auch eine absolut gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Und man kann ein Leben retten. Ja. Also ich kann schon verstehen, die Leute machen sich keine Gedanken drüber. Habe ich vorher auch nicht. Ich wusste auch nicht, was Dialyse bedeutet. Ich war mir nicht darüber im Klaren, wie wichtig es ist, eventuell nach dem Tod seine Organe zu spenden. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber wenn man dann wirklich betroffen ist, dann bricht das alles zusammen. Wie findest du die Regelung? In Österreich ist das ja so, dass man automatisch Organspender ist. Nur wenn man das nicht möchte, dann muss man einen Ausweis bei sich führen. Wie findest du das? Das ist super. Finde ich eigentlich auch eine gute Sache. Das erleichtert die Sache ja auch. Das heißt, also niemand wird dazu gezwungen. Derjenige, der das nicht möchte, kann es ja schriftlich niederlegen. Oder ein Angehöriger sagt, er wollte das nicht. Ja, ist schon gut. Hat sich das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater jetzt verengt, verdichtet nach dieser... Mittlerweile hat sich das alles wieder etwas normalisiert, sag ich mal. Aber so die Vorbereitungszeit, das hat ja etwa ein Jahr gedauert, bis wir die ganzen Voruntersuchungen durch hatten. Man wird ja wirklich vom Scheidel bis zur Sohle einmal durchgecheckt. Und das hat uns schon ziemlich zusammengeschweißt, weil wir halt immer nach Hamburg gefahren sind und hierhin gefahren und zu dem Arzt. Und dann hatten wir ein gemeinsames Zimmer während der Transplantation. Achso, ihr musstet ja auch genau an dem gleichen Tag zur gleichen Stunde wahrscheinlich operiert werden. Ja, nicht ganz zur gleichen Stunde. Also er kam morgens um sechs in den OP. Und ich wurde etwa gegen Mittag, so gegen halb zwei, daher geschoben. Also es hat schon ziemlich lange gedauert. Da lag das Organ zwischendurch auf Eis. Da lag das Organ schon da irgendwo in so einem Behältnis und wurde durchgespült und gesäubert und wartete auf mich. Und ich kam dann abends etwa gegen 22 Uhr wieder aufs Zimmer und mein Vater lag da halt dann schon. Und ihr beide hattet dann gemeinsam ein Zimmer. Finde ich auch eine tolle Lösung. Ja, fand ich ganz toll. Daniela, sehr nett, dass du angerufen hast. Sehr wichtiges Thema. Wir haben noch mal gut drüber gesprochen. Und ich glaube, die meisten Leute sehen das ja auch so viele, meinen es ja auch gar nicht böse. Die vergessen es einfach. Und insofern ist es ja gut, wenn man immer wieder darauf aufmerksam macht. Richtig, meine ich auch. Liebe Daniela, alles Gute und schöne Grüße an deinem Papa auch. Richtig auch. Vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr mailen wollt, bitte domian.atwdr.de Hier ist die Evelyn. Evelyn ist wie alt? 34. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo. Evelyn, was ist dein Thema? Mein Thema ist der Unterschied zwischen deutschen Beerdigungen und spanischen Beerdigungen. Ach. Und zwar, ich habe am 7.1. einen Anruf um 9 Uhr in der Früh bekommen von meiner Familie, die in Spanien ist. Also ich bin Spanierin, dass meine Oma gestorben ist. Ja, plötzlich? Ne, ne, wir haben schon darauf gewartet, aber auf irgendeine Art und Weise schon plötzlich. Okay, dann habe ich mir ein Flugzeug, also einen Flieger und etc. und sowieso. Und ich bin mit einer ganz anderen Erwartung oder Vorstellung runtergeflogen. Ich habe mir gedacht, so, ich habe hier schon ein paar Beerdigungen mitgemacht, aber okay. Ich gebe mir davon aus, dass deine Familie katholisch ist. Und wir sind katholische. Gut, dann komme ich runter und ich werde abgeholt und ich habe mir eigentlich gedacht, ja, man geht jetzt nach Hause und ja, man duscht sich und etc. Und dann wurde ich in diesen Krematorium hingefahren. Also die Oma sollte verbrannt werden? Nein, 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 nein. Das ist ein Haus und man geht da hin und dann sieht man laute Türen und in einer Türe wird geheult, geschrien, in den anderen wird gelacht. Und ich denke mir nur, wo bin ich hier? Gut, bis ich in das Zimmer, wo meine Oma lag, gekommen bin, dann mache ich die Türe auf, die ganze Family und das muss man sich vorstellen. Ein riesengroßer Raum mit lauter Couch, Fesseln, einen Tisch, wo Kaffee und was zum Essen und mittendrin die Oma. Mittendrin die Oma war aufgebacht. Ja. Der Sarg war offen. Genau. Entschuldige, du sagst gerade, ein Krematorium wäre dieser. Ja, in Spanisch sagt man das so. Ach so. Auslegungshalle kann man so sagen. Ach so, verstehe. Also hier ist es ja so eine Verbrennungsstätte für verstorbene Menschen in Deutschland. Nee, nee. Gut, dann stehe ich da und denke mir, boah, ich bin echt im falschen Film. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Dann denke ich mir, okay, dann geht man hin, verabschiedet, dann kann man wieder nach Hause. Dann sagt mein Vater, nee, nee, wir müssen jetzt hier, bis sie unter der Erde kommt, bleiben. In diesem Raum? Ja, in diesem Raum. In diesem Krematoriumshaus? In 20 Stunden muss man bei der Toten bleiben. Die ganze Familie? Die ganze Familie. Ach. Da wird geschlafen, da wird gegessen, da wird geredet. Und ich war, für mich war das, für das nicht nur, dass meine Oma offen war und auch noch so gestellt war von den Schmerzen, man hat das richtig gesehen, für mich war das die Hölle. Okay, dann. Also hast du dann auch 24 Stunden in diesem großen Raum mit allen gemeinsam, du sagst schlafen, die Leute sind dann so eingenickt auf den Sesseln, oder? Ja, ja, eingenickt und ich bin dann raus und ich glaube, ich habe eine ganze Schachtel dabei geraucht und dann komme ich wieder hoch, dann ist das Licht aus und meine halbe Familie schläft da drinnen und ich denke mir, oh mein Gott. Das Licht war komplett aus oder so ein Schummerlicht? Ja, man hat halt nur bei der Oma, wo sie lag, da waren halt die Lichter an, aber im Raum drinnen war das Licht aus. Und ich habe mir nur gedacht, also für mich war es erschrecken. Hast du das als gruselig empfunden? Und wie, ich hätte mir bei einer in die Hosen geschissen, auf Deutsch gesagt. Für mich war das, also ich halte meine Lieder. Ich muss dir mal ganz spontan sagen, dass ich das, wie du das jetzt so erzählst, gar nicht als so schlimm erachte. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, von einem Menschen wirklich Abschied zu nehmen, indem man nochmal so richtig lange, nämlich 24 Stunden, bei ihm ist. Mit der Verwandtschaft, man isst, man trinkt. Mich erschreckt das nicht so. Ich finde es eigentlich schöner, als so, wie es in Deutschland oft gehandhabt wird, dass die Toten sofort weggepackt werden, irgendwo hin und dann sieht und hört man nichts mehr davon. Ja, schon. Also man kann sich richtig verabschieden, aber deswegen, dass sie auch noch so verstellt war. Ja, das ist natürlich sehr traurig, wenn die Oma dann auch keinen friedlichen Gesichtsausdruck hatte. Das war heftig. Das war für mich also erschreckend. Wie ging es denn dann nach diesen 24 Stunden weiter? Dann kam die Messe und dann kommt noch das Krasseste. Dann bei der Messe sind halt auch die ganzen Nachbarn und etc. und sowieso. Und bei der Beerdigung, also zum Friedhof, ist nur die engste Familie, also die richtige Familie. Und wir in Spanien, wir haben eine Gruft. Aber lass mich mal unterbrechen. Die Messe findet aber dann in einem anderen Raum statt, nicht in diesem... Nee, nee, die findet in einer Kirche statt. In einer Kirche, in einer Kapelle statt, ja. Ja, da wird auch der Sack dann zugemacht. Ja. Gut. So, und dann geht man gemeinsam zum Grab, zur Gruft. Genau. Und ja, in dieser Gruft ist seit 23 Jahren mein Opa drinnen. Und die Gruft wurde aufgemacht. Muss man sich das vorstellen. Das restliche Zeug von meinem Opa, was seit 23 Jahren ist nicht mehr viel da, wurde zusammengekehrt, in einen schwarzen Plastiktüte reingesteckt. Wie bitte? Vor den Augen der Trauernden? Dann wurde der Sack nochmal aufgemacht und die Tüte reingesteckt. Welcher sagt der? Von der Oma? Von der Oma, ja. Und die Tüte mit den Überresten des Opas wurde... Ja. Also die Knochenreste. Ja. Ich meine, es war nicht mehr viel da. Und das wurde, ich frage es nochmal, vor den Augen... Das wurde vor den... Und ich habe mir echt in diesen... Ich habe mir gedacht, ich bin echt im falschen Film. Das ist Horrorfilm. Hoch 3 für mich. Ist das denn auch Tradition, das so zu machen oder war das ein seltsamer Ausnahmefall? Man darf das selber entscheiden, also von den Familien, ob man das sehen möchte, weil dann kann man sich auch wieder von einem Opa richtig verabschieden. Und meine Familie wollte das. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich bin stark genug, aber also... Hatte man dich denn nicht... Du bist Spanierin, sagst du? Ja. Hatte man dich denn nicht, deine Familie, deine nahen Verwandten, vorbereitet auf diese Art des Rituals? Nee, 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 weil das alles sehr spontan war, nee. Bist du hier in Deutschland geboren? Nein, ich bin in Spanien geboren, aber ich bin mit sieben Jahren hier hochgekommen. Ach so. Und du hast dann hier schon mehrere Beerdigungen erlebt und dachtest, dass das so ähnlich abläuft wie bei uns hier. Genau, genau. Das heißt, dieser Aufenthalt war für dich sehr kräftezehrend. Ich, ja, also erst wo ich dann ins Bett gekommen bin, das war heute für mich einzuschlafen, immer noch. Ich habe öfters, wenn ich die Augen schließe und ich sehe, ah, meine Oma, diesen Sarg und dann das Ganze geht bei mir wie einem Film. Also ich muss sagen, wie gesagt, das Erste finde ich nicht so schlimm, aber das Zweite finde ich auch heftig, wenn man die restlichen Gebeine des Großvaters in eine Plastiktüte tut und die dann in den Sarg legt. Also das finde ich auch heftig. Also da würde mir auch, glaube ich, nicht sehr ans Herz gehen. Schon ein Erlebnis, wo ich sage, also möchte ich nicht nochmal gerne in Spanien erleben. Also das ist es hier wirklich in Deutschland echt. Also in Spanien erlebt man dieses Sterben so intensiv. Aber vielleicht ist das ja auch besser, als hier, wo alles immer hinter verschlossenen Mauern stattfindet und wo der Tod kaum stattfindet in der Gesellschaft. Ja, weil wenn man dazu nicht vorbereitet ist. Ja, da hast du recht. Da hast du recht, ja. Ist schon heftig. Hast du denn mit deinen Eltern darüber gesprochen? Ja, ja. Ich glaube, ich habe schon mit Gott und die Welt darüber gesprochen, weil ich musste dann reden. Ich musste das irgendwie verarbeiten. Hatten deine Eltern Verständnis dafür, dass es für dich so ein Schock gehört? Ja, doch schon. Also für meinen Vater, der hat mich dann schon immer wieder und geht es dir und etc. und gehe ein bisschen raus. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ja, wenn das meine Cousinen und mein Cousin schaffen, muss ich das auch schaffen. Aber es war auch... Ich meine letztendlich, wenn du eine große Verwandtschaft hast und da sind ja vielleicht auch dann noch mehr ältere Leute, könnte das ja wieder irgendwann auf dich zukommen, dass du dich einer solchen Situation aussetzen musst. Aber da weiß ich wenigstens nicht. Da weißt du Bescheid, ja, ja. Aber so ahnungslos war ja mir gedacht, wirklich, man geht halt hin, man verabschiedet sie, man sieht sie halt wieder in der Messe. Aber dass man da also diese Totenwache mitmacht und diese Stunden mit ihr mitgeht, das habe ich halt... Wäre das für dich angenehmer gewesen, wenn die Großmutter einen entspannten und friedlichen Gesichtsausdruck gehabt hätte? Ja. Ja. So hast du quasi ihren Todeskampf noch im Gesicht gesehen? Man hat es gesehen, ja. Und das hat mir mein Herz zerrissen. Das hat mir... A hat es mir so Angst gemacht und dann hat es mir aber auch leid getan, weil ich mir gedacht habe, boah, ich stehe hier vor meiner Oma und ich habe Angst vor dieser Frau. Ja, oder man denkt ja auch darüber nach, was hat sie vielleicht leiden müssen in ihren letzten Stunden und Minuten. So etwas kommt einem dann ja sicher auch in den Sinn. Ja? Ja, Evelyn, das war interessant, das wusste ich auch nicht, dass das so, dass die Traditionen dann so ganz anders sind innerhalb doch unseres relativ kleinen Europas, aber das sind schon Welten zwischen Deutschland und Spanien, das glaube ich auch. Doch, ja. Ja. Okay, das wollte ich euch nur erzählen. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Karoline. Karoline ist 50. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Karoline, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wusstest du das, dass es so andere Beerdigungsrituale gibt zwischen Deutschland und Spanien zum Beispiel? Nein, nicht. Also im asiatischen Bereich schon, aber... Ja, im asiatischen ist es dann unter Umständen noch heftiger. Deswegen grüßt du mich an, Karoline. Ja, ich möchte mich von meinem Ehemann trennen, aber er lässt mich nicht. Er hält mich fest. Er presst mich, dass ich hier bleiben muss bei ihm. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt zwölf Jahre verheiratet. Habt ihr Kinder? Nein, wir zusammen haben keine Kinder. Und du willst dich von ihm trennen? Ja. Warum? Er hat mich jahrelang, er hat mich unterdrückt, er hat mich geschlagen und ich kann einfach nicht mehr. Und ich wollte vor vier Jahren schon mich trennen von ihm und bin weg und dann hat er mich zurückgeholt und hat gesagt, ja, ich ändere mich und es wird alles anders und ich soll ihm die letzte Chance geben und die habe ich ihm gegeben. Und das war wieder so wie vorher? Genau. Du sagst, er hat mich unterdrückt. Wie hat er dich unterdrückt? Ja, ich muss für alles Rechenschaft ablegen und er fragt mich stundenlang, hält er mich fest, warum hast du das gemacht, warum hast du das so gemacht und dann kann ich ihm nichts recht machen. Und das Essen, mal ist es zu süß, mal zu sauer, mal zu heiß, mal zu kalt, mal zu dickflüssig, mal zu dünnflüssig und das ist ein Wahnsinn, nicht mehr zum Aushalten. Und wie oft gab es körperliche, gewalttätige Übergriffe? Ja, so ungefähr ein, zwei Mal im Jahr. Also nicht so oft, aber... Ja, immerhin, man waren zwölf Jahre zusammen. Schon am Anfang, als ihr zusammen wart? Nein, das erste Jahr nicht. Aber dann ging es los? Mhm. Genau. Und ich weiß, bei meiner Vorgängerin hat er das auch gemacht und die ist ins Frauenhaus geflüchtet. So, jetzt willst du gehen, aber er lässt dich nicht gehen. Genau. Was heißt das, er lässt dich nicht gehen? Was tut er? Er erpresst mich, er sagt, wenn ich gehe, ihn im Stich lasse, dann wird er mein Leben zerstören, dann werde ich mein Leben lang nicht mehr froh werden. Er bringt mich um, er bringt sich um und... Ja, also er hat mir zwar jetzt Ultimatum gestellt, schon ein paar Mal hat er gesagt, ja, bleib bitte noch so und so lang und dann lass es uns nochmal versuchen, lass dich drauf ein, ein allerletztes Mal und er hat eine Hoffnung, aber ich eben nicht mehr. Und ich sage ihm immer wieder, ich kann und ich will nicht mehr. Bitte gib mich frei. Und er sagt, nein, ich brauche dich, weil wenn du mich verlässt, dann bin ich ruiniert. Es sind wir beide ruiniert. Du stehst auf der Straße, hast keine Arbeit, keine Versicherung. Das stimmt auch. Aber dennoch bist du bereit, dich irgendwie durchzuwursteln? Ich habe gesagt, okay, weil wir haben jetzt vor kurzem eine Gaststätte übernommen, habe ich gesagt, okay, ich helfe dir noch aufzubauen ein bisschen und hat er zuerst gesagt, ja, am 1. März, jetzt ist es, dann war es der 15. März, jetzt ist es der 10. September und ich weiß nicht, ob ich das nervlich so lange noch durchstehe. Ihr wohnt auch zusammen? Ja, ich bin herzkrank geworden, ich habe zöchterliche Herzbeschwerden. Ihr wohnt auch zusammen in einer Wohnung? Ja, wir schlafen zwar getrennt, schon ziemlich lange, aber in einer Wohnung, ja. Wenn der solche, du sagst ja, er presst dich, indem er sagt, du würdest deines Lebens nicht mehr froh, er würde sich vielleicht umbringen oder dich umbringen. Genau. Wie schätzt du ihn ein? Sind das böse Drohungen oder würdest du dem sogar so etwas zutrauen? Ich würde ihm zutrauen, also ich traue ihm alles zu, er dreht richtig durch, ich habe das gemerkt, als er mich geschlagen hat, er dreht durch, er kennt sich selber nicht mehr, hinterher tut es ihm dann leid, aber er kennt sich wirklich selber nicht mehr und ich befürchte, also deswegen ist auch meine Angst, dass er wirklich durchdrehen könnte. Als er dich geschlagen hat, wie heftig waren die Verletzungen, die er verursacht hat? Jetzt nicht so stark, weil ich teilweise also geschwindelt habe, ich habe so getan, als ich, wenn ich mordsmäßig jetzt Schmerzen hätte, verletzt wäre und... Achso, und er ist jetzt zurückgeschreckt? Und so, und das hat ihn zurückgeschreckt, ja. Sehr klug, dass du das gemacht hast in der Situation. Ich bin auch, wenn es ging, irgendwie davon gelaufen und so und da ist er dann auch zu sich gekommen und hat gesagt, nein, es tut mir leid und ich tue dir nichts, bitte lass uns reden, ja, aber ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Du hast gerade gesagt, dass deine Vorgängerin, die ist in ein Frauenhaus geflüchtet. Wäre das für dich auch eine Option, erstmal diesen Schritt zu machen, damit du erstmal vor ihm geschützt wirst? Ich habe, ja, ich habe schon mit einem Arzt gesprochen, dass ich mich selber in eine psychiatrische Klinik einweisen lasse, aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Es ist so, also das wäre schon vorerst eine Lösung, aber das Problem ist, ich habe mich darauf eingelassen, er hat am Anfang, dass ich ihm das Erbe meiner Eltern gegeben habe. Er hat gesagt, ja, ich lege das für uns an und dass wir ein gutes Leben haben zusammen und im Falle einer Trennung gebe ich dir alles wieder zurück, ich will nichts haben. Und jetzt erpresst er mich damit, dass ich das Geld nicht mehr zurückbekomme. Ach du, das heißt, es geht auch noch, darf ich fragen, wie viel Geld es ungefähr geht? Ja, es geht ungefähr, ja, knapp 300.000 Euro. 300.000 Euro. Das heißt, wenn du das Geld hättest, wäre es für dich wunderbar, dann könntest du dir ein eigenes Leben aufbauen. Genau, und so hat es nichts und ich riskiere dieses Geld und er gibt mir momentan wirklich Arbeit und dass ich krankenversichert bin, das ist am Kopf, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte und ich sage immer wieder zu ihm, denkst du, ich kann mich wieder in dich verlieben, wenn du mich erpresst, wenn du mich zwingst, hier zu bleiben? Aber ich glaube, dass du dir mit rationalen Argumenten gar nicht mehr erreichst. Er kapiert es nicht. Nein, 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 sag mal, hast du wirklich die ganze Vollmacht abgegeben von diesem Geld? Das heißt, er bestimmt allein über das Geld? Nein, ich habe, also mir gehört schon die Hälfte, also er kann nur über eine Hälfte entscheiden. Und jetzt in diese Wirtschaft war es auch so gewesen, dass ich ihm Geld gegeben habe, habe ich gesagt, er verwahr das für mich und er hat es mir aber nicht zurückgegeben, sondern er hat es angeblich in die Wirtschaft gesteckt. Aber dann bist du auch schön dumm mit all diesen Erfahrungen, dass du dem dann noch Geld gegeben hast. Ja. Muss man so sagen. Nein, das würde jetzt den Rahmen sprengen, es war so gewesen, dass er mich ins Gefängnis gebracht hat. Also ich war jetzt nur über Wochenende eingesperrt und er hat dann die Kaution aufgetrieben und jetzt wieder rauskommt. Warum? Hat er irgendwas gelogen, dass du ins Gefängnis kamst? Hat er das so gedreht? Ja. Mein Gott. Also, Caroline, was ich jetzt gerade ganz spontan denke, sind drei Sachen. Natürlich musst du von diesem Mann weg. Ja. Du musst einfach von diesem Mann weg, weil er dein Leben und deine Seele, deine Psyche alles kaputt macht. Ja. Das hat er ja schon. Ja. Und das Zweite ist, was ich sofort dachte, du brauchst aber einen so richtig guten, profunden Rechtsbeistand, einen guten Rechtsanwalt, der dich da genau berät. Das scheint ja komplizierter bei euch zu sein. So, und das Dritte ist, finde ich, dass du dich schützen musst vor diesem Mann. Insofern wäre, sage ich jetzt mal so spontan, ein Frauenhaus oder zumindest eine Beratung erstmal von einem Frauenhaus. Ja, gut, aber ich müsste dann wirklich auf die Hälfte des Geldes verzichten. Ja, vielleicht wäre das dann so. Vielleicht wäre das das Opfer, was du bringen müsstest. Du hättest dann immerhin noch 150.000 Euro, was ja sehr viel Geld ist. Ja. Vielleicht geht alles nicht. Da würdest du dir vielleicht deine Freiheit für erkaufen. Mhm. Das ist zwar bitter, wenn das Geld weg ist, aber was ist die Alternative, dich noch mehr und noch weiter diesem Mann zu unterwerfen? Ja, aber er denkt ja, es könnte wieder ein Liebespaar aus uns werden. Er sieht das so vor sich. Er glaubt wirklich auch an das, was er sagt. Aber du glaubst es ja nicht. Nee. Und du hast es ihm zehnmal ins Gesicht gesagt. Er sagt, er liebt mich noch und will mich nicht verlieren. Und er braucht mich. Das klingt wirklich sehr ernst. Deswegen möchte ich darauf noch mit den Frauen noch einmal zurückkommen. Weil die Frauen, die dort arbeiten, die sind natürlich erfahren mit genau all diesen und noch heftigeren und andersartigen Geschichten, wo du einfach die beste Beratung auch kriegst, was du tun könntest. Das Problem ist, dass ich ihm ja jetzt nicht schaden möchte. Und ich würde ihm praktisch hängen lassen, dass er pleite geht, weil er niemanden hat, der ihm hilft. Aber warum jetzt noch so mitfühlend und sorgsam einem Menschen gegenüber, der dir offensichtlich sehr viel Schlimmes angetan hat und der dich quasi mit Gewalt immer wieder bei sich hält. Warum da noch jetzt so großherzig? Ich habe trotzdem Mitleid und ich will ihm nicht schaden. Ich nehme ihm, also ich habe ihn verziehen. Wenn du ihm sogar noch freiwillig diese 150.000 Euro geben würdest. Aber ja, das ist das Erbe meiner Eltern und das möchte ich halt nicht gerne aufgeben. Also, umso wichtiger wäre ein richtig guter Rechtsbeistand, der dir das erklärt, was in deinem... Und dass du es auch nur mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie begründet das ist, wenn du sagst, ich will ihm jetzt auch nicht noch schaden. Ich weiß nicht, ob das ein Teil der Abhängigkeit doch ist, die du diesem Mann gegenüber empfindest. Die Gewohnheit auch spielt mit. Also, das finde ich, muss man alles auseinanderhalten. Gewohnheit. So, genau. Aber das oberste Prinzip ist... Und die Angst halt auch vor der Zukunft, weil ich wirklich, ich stehe dann ohne Versicherung, ohne Arbeit, ohne Dachlwörter im Kopf da. Ja, aber du bist erst 50. Das heißt, das ist ein Alter, wo man nochmal wirklich einen Neuanfang machen kann. Ja, das stimmt. Und wenn du dieses, wenn es nur in Anführungszeichen diese 150.000 Euro sind als Startkapital im Rücken hast, ist das schon eine Menge Geld. Ja, das habe ich halt jetzt nicht da, sondern das haben wir halt in ein Projekt gesteckt und das gibt es noch, aber das müsste dann verkauft werden. Und wenn er nicht mit einverstanden ist, kann ich es auch nicht verkaufen. Ach, alles kompliziert. Ja, ich habe also praktisch nichts. Aber auch da ist halt eine gute Beratung sehr wichtig, wie du auch dich finanziell und wirtschaftlich dann auf eigene Beine stellen könntest. Also Beratung, Beratung, Beratung höre ich immer zu in mir rufen, während wir beide sprechen. Mit dem großen Ziel von diesem Mann wegzukommen, der dir so geschadet hat. So, pass auf, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin, mit Magdalena sprichst. Das heißt, dass ihr eine psychologische Beratung und sie wird dir sicherlich auch noch die eine oder andere gute Frauenberatungsstelle an die Hand geben, dass du mit kompetenten Frauen auch sprichst. Ja, das wäre super. Und bei diesen Frauenberatungsstellen kriegst du sicherlich auch einen Tipp für einen sehr guten Anwalt oder eine Anwältin, die dir zur Seite steht. Das muss jetzt wirklich von allen Seiten professionell angegangen werden, das Ding. Genau, das ist richtig. Ja, finde ich schon. Ich möchte dir wirklich Mut machen, das auch jetzt durchzuziehen. Ich glaube, du hast lange genug gewartet. Das, was mich jetzt praktisch wieder am Leben erhält, ich habe ja auch schon mit meinem Leben aufgegeben, habe gesagt, naja, lieber sterben als so weitermachen. Aber das hat mich jetzt wieder irgendwie, ich war ganz unten angelangt, wo ich mich entscheiden musste, Leben oder Tod. Und ich habe mich für das Leben entschieden und deswegen kämpfe ich da jetzt dafür, da rauszukommen. Das ist eine gute Entscheidung. Ich beglückwünsche dich dazu. Und das ist die richtige Entscheidung, sage ich dir. Wenn wir in ein paar Jahren noch mal reden sollten miteinander, wirst du sagen, genau so richtig war das damals. Es war zu hart, aber es war richtig. Ja. So, liebe Carolin, du legst bitte auf und Magdalena ruft dich sofort an und dann könnt ihr beiden miteinander das Nötige besprechen. Okay. Alles Liebe und toi, toi, toi. Alles Gute. Danke schön, tschüss. Danke. Weiter geht es mit Maik. Maik ist 46. Guten Morgen, Maik. Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Maik. Um was geht es bei dir? Ja, es geht eigentlich um ein Thema, was ich gestern erst so richtig erfahren habe. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich bin also ein dominanter Herr. Im sexuellen Sinne. Richtig, ja. Und habe im Moment zwei äußerst willige Frauen. Äußerst willige Frauen? Ja. Mit denen du aber kein, mit denen du ein rein sexuelles Verhältnis hast. Nein, das ist nicht ganz richtig. Also mit der einen habe ich schon so eine Art Beziehung, das heißt, wir sind diese Beziehung im Aufbau. Wohnt ihr auch zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Wir sind also sowohl räumlich als auch vom Wohnungsort her sehr getrennt. Das heißt, ja, es sind so ungefähr 100 Kilometer. Ja, und die andere Frau? Die andere Frau, das sind auch ungefähr 100 Kilometer von mir aus entfernt. Das ist eine reine... Die Frauen sind nur 25 Kilometer voneinander entfernt. Ja, diese zweite Frau ist eine reine Sexgeschichte. Also es hat eigentlich angefangen mit beiden, dass es eine rein sexuelle Geschichte war. Wobei sich bei der älteren, sage ich jetzt mal, eine Beziehung herauskristallisiert. Wie alt ist denn die ältere? Die ist 27. Und wie jung ist die jüngere? 22. Ja, sie sind deine Sklavinnen. Richtig, ja. Wissen die beiden Frauen voneinander? Ja, sie sind also im Privatleben auch Freundinnen. Achso. Und haben das eigentlich auch, ja, so durch Gespräche auf der Ebene Freundinnen halt auch so eingefädelt. Ach, die kannten sich vorher auch schon? Die kannten sich vorher schon, ja. Achso. Und wie hast du die kennengelernt? Durchs Telefon, die zweite, die erste habe ich auf einer Party kennengelernt. Achso. Und das hat sich dann also so ergeben. Wir sind dann also uns auch etwas näher gekommen. Und ja, da hat sich dann also herauskristallisiert, dass sie also sehr devot ist. Und ja, so ist das eben zustande gekommen. So, jetzt wächst da mit der älteren, wächst auch etwas mehr als eine reine sexuelle Geschichte. Mit der anderen ist es aber noch eher definiert, Herr Sklave. Also bis vorgestern, ja. Ich hatte also die beiden Damen, also die Jüngere hat ein Kind und die Älteren hat zwei Kinder. Ich springe also immer so ein bisschen. Sind die beiden alleinerziehend? Die sind beide alleinerziehend, ja. Und habe mich jetzt also im Moment erstmal auf die, also mit Absprache natürlich, auf die Jüngere konzentriert, weil das eben noch sehr frisch ist. Die beiden hatten auch schon untereinander, durch meine Anweisung, sexuelle Kontakte. In deiner Anwesenheit? Nicht in meiner Anwesenheit, nein. Also wir machen das so übers Telefon, dann also... Sind die beiden dann auch bisexuell orientiert oder machen die das nur dir zuliebe? Nein, also ich würde jetzt mal sagen, der ausschlaggebende Punkt war wohl also meine Dominanz, würde ich jetzt mal so sagen. Also das heißt, Sie sind eigentlich heterosexuell orientiert? Eigentlich schon, ja. So, was ist der eigentliche Anlass deines Anrufes? Ja, der eigentliche Anlass ist also, ich habe mich, oder ich habe bemerkt vor drei Tagen, dass ich mich also auch in die Jüngere so ein bisschen verliebt habe. Oder sagen wir mal, nicht verliebt, aber verguckt. Mhm. Und bin also gestern wieder bei ihr zu Besuch gewesen und wir waren dann also anschließend dann noch ein bisschen zusammen und da hat sie sich also so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf der privaten Ebene fallen lassen. Was heißt das? Ja, aber immer noch in ihrer Vorstellung und Vorgabe als mein Herr. Ja, was heißt das dann fallen lassen? Sie hat sich also dahingegen fallen gelassen, dass sie mir also Sachen erzählt hat und auch, ja, Bilder gezeigt hat, die ihr Stiefvater ihr schickt, immer noch, sowohl bildlich als auch per SMS. Du sprichst ja noch Rätseln? Ähm, ich spreche im Rätsel, ich weiß. Also es hat damit angefangen, dass sie mir also gesagt hat, dass sie mit fünf Jahren das erste Mal sexuell vergewaltigt worden ist. So muss man das wohl nennen. Ja, ich verstehe. Das heißt, hält diese Vergewaltigung, dieser Missbrauch heute noch an? Ähm, das kann ich dir... Achso, nee, nee. Das nicht? Nein. Nein, nein. Aber das hat sie dir erzählt und offenbart. Das hat sie mir eigentlich offenbart. Das heißt, das ist schon ein großer Vertrauensbeweis? Ja, genau. Und der Täter war der Stiefvater? Ähm, also der Stiefvater ist wohl schon sehr, sehr lange präsent. Ähm, wohl auch, als sie schon mit fünf Jahren sexuell vergewaltigt worden ist. War der Täter der Stiefvater? Ähm, da noch nicht, nein. Das war also ein Angestellter wohl. Ja. Und welche Rolle spielt jetzt der Stiefvater? Ähm, der Stiefvater hat sie also, ähm, nicht sexuell, nicht sexuell. Missbraucht, ähm, aber wohl, ähm, verbal und, äh, auch täglich, äh, die ganzen Jahre über missbraucht. Er hat sie also geschlagen. Also nicht sexuell, aber im brutal, äh, im brutal, äh, im brutal körperlichen Sinne? Richtig, ja. Und zwar sehr massiv. Äh, also... Und was sind das für Bilder, die er ihr schickt? Ähm, also jetzt im Moment sind es Bilder, ähm, wo, ähm, also man, ähm, ja, also den, das männliche Geschlecht zersieht, das... Von dem Stiefvater? Vom Stiefvater. Also spielt da schon auch was Sexuelles mit rein? Ähm, also es sind nicht, also es ist nicht der Stiefvater, der das macht, sondern es sind Bilder aus, ich nehme mal an Webseiten oder sowas. Aber der Stiefvater schickt sie ihr? Der Stiefvater schickt sie ihr, ja. Also dennoch ist dann irgendwas Sexuelles da im, im Busch? Ähm, das habe ich auch vermutet, ja. Das habe ich auch vermutet. Das heißt, du bist in einer schwierigen Situation. Da hat sich ein Mensch dir anvertraut, der als Kind schlimme Dinge erlebt hat. Ja. Vielleicht sogar bis vor kurzem schlimme Dinge erlebt hat und sie noch nicht alles erzählt hat. Ich denke mal, nee, das nicht. Also das ist jetzt die zweite Sache. Sie ist also mit zwölf Jahren, äh, für 14 Tage, ähm, ja, also eigentlich von der Straße weggefangen worden. Und war also in, ähm, der Hand eines, ja, ich sag mal, Triebtäters, der sie dann also auch, äh, massiv sexuell, ähm, ja, misshandelt hat. Heißt das, dass du jetzt auch in, in, in Konflikt bist mit deiner Rolle? Exakt, das ist es. Ja, das kann ich mir vorstellen. Exakt, genau, das ist es. Das kann ich mir vorstellen. Du bist ein dominanter Herr im Sadomaso-Sinne? Ähm, ja. Ja, im etwas Abgeschwächten. Okay. Und, äh, da hat ja jetzt eine Frau diese Geschichte anvertraut, die ja eine sehr heftige Geschichte ist. Und ihre jetzige Sexualität vielleicht daher rührt, äh, als Folge all der Verletzungen, die man ihr angetan hat. Ganz genau das ist es. Ja. Ganz genau das ist es. Finde ich erstmal ganz spontan, Maik, dass du da die sexuelle Komponente sofort rausziehen solltest aus der, aus dem Kontakt. Hab ich gemacht, ja. Finde ich richtig. Hab ich heute schon gemacht. Und in dieser jungen Frau vielleicht, äh, ich meine, sie scheint ja großes Vertrauen zu dir zu haben, dass sie dir das erzählt hat. Das erzählen Menschen, die so das erlebt haben, ja nicht so schnell. Ja. Weißt du, ob sie, äh, irgendwie mal Hilfe in Anspruch genommen hat? Ähm, sie hat, äh, also wir haben gestern anschließend, äh, ein ganz, ganz langes Gespräch gehabt, also fast bis heute Morgen. Äh, ich hatte eigentlich noch einen Termin, den hab ich also spontan für mich im Kopf so abgesagt, äh, weil mir das also sehr wichtig war. Irgendwie, ich hab gemerkt, also, ähm, ja, da ist, äh, äh, weißt du, ob es da eine Behandlung, eine Therapie war? Ja, es gab, es gab wohl, äh, 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 so, da war sie circa 17, 18, äh, gab's wohl so Anfänge von der Therapie und, äh, der Psychologe war so sehr, ja, weiß ich nicht, also, äh, er hat also eigentlich ihr, 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 ihr bisheriges, also bis daher, ihr bisheriges Leben, äh, so in... Also im Klartext, es hat nichts gebracht? Nein, absolut nicht, absolut nicht. Ich finde, äh, was du jetzt machen kannst, und was du, nur, nur das kannst du und solltest du auch machen, dass du der jungen Frau eine, eine, eine Hilfestellung anbietest, äh, aber sie muss es natürlich dann umsetzen. Ähm, ähm, da würde ich dich jetzt sehr gerne fachkompetent beraten lassen von meiner Psychologin, was du wiederum der jungen Frau, äh, vielleicht anbieten kannst, auch an, an, an Informationen, an Telefonnummern und so weiter. Mehr kannst du dann nicht tun. Und du kannst natürlich ein, ein Vertrauens, äh, volles Verhältnis aufbauen, aber die Sexualität würde ich komplett rausnehmen. Ähm, 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 was jetzt das Problem ist, äh, ähm, was eventuell jetzt dazukommt, ich weiß nicht, inwieweit das also jetzt, äh, in ihrer Situation ohne spielt. Sie sagt also ganz klar, ähm, dass sie das also nur gemacht hat, ähm, um mit dieser ganzen Anspannung und, äh, äh, ja, alles das, was auf sie einfließt, so alltäglich, äh, 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 ist das quasi, was wir dann also machen, also Herr und, äh, ich sag das jetzt mal so Sklavin, äh, das ist für sie, äh, eigentlich eine Entspannung, wo sie dann also total auch abschalten kann, quasi so in, in eine ganz andere Ebene geht und ihren, ihren ganzen Alltag, äh, äh. Das mag ja vielleicht, vielleicht mag es ja so sein. Ich, ich, ich könnte nur an deiner Stelle nicht, äh, entspannt agieren. Nee, kann ich auch. Das geht nicht. Also ich hab das, ich hab das dann gestern auch oder, oder auch heute den ganzen Tag, äh, äh, so für mich, äh, äh, mal so versucht nachzuvollziehen, äh, also das, 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 das kann ich gar nicht leisten. Ich möchte dir jetzt Folgendes anbieten. Erstmal, was ich, was ich gerade schon gesagt habe, dass du ein Gespräch mit meiner Psychologin geführst. Ja, ja. Du kannst ja mit deiner Freundin, ich nenne sie mal Freundin, ähm, dann, dann sprechen und wir würden ihr anbieten, dass sie auch noch mit einer meiner Psychologin mal ein Gespräch führt. Mhm. Das könnten, müssten wir dann irgendwie arrangieren. Das würde ich dir anbieten. Ja. Aber ich würde es ihr anbieten jetzt über dich, wenn sie das gerne möchte. Ja, okay. Das wäre ein Telefon, äh, eine Telefonberatung, die für sie ja völlig unverbindlich ist. Und dann ist es vielleicht noch näher an ihr dran, als wenn du ihr das weitergibst, was wir dir sagen. Das ist auch schon okay, aber vielleicht kriegen wir sie noch näher an, an die Beratung ran. Mhm, ja Mensch, das, das wäre super. Ja? Das wäre super. So würde ich es jetzt mal vorschlagen. Klar. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen und alles weitere dann gleich am Telefon. In Ordnung. Jürgen, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Alles Gute, Marc. Deine Meldung ist also unwahrscheinlich toll. Dankeschön. Macht so weiter. Danke sehr. Und du bist ein ganz, ganz toller Typ. Das freut mich, das ist auch. Also ganz, ganz sympathisch und gut ab vor dir. Danke, Marc. Alles Gute. Und vor deiner Meldung. Wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und, äh, weiter geht es mit dem Michael. Michael ist 47. Guten Morgen. Michael. Ja, hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Das ist schön. Um was geht es bei dir? Ja, ich bin seit 26 Jahren verheiratet. Und ich habe mich jetzt in einen Mann verliebt. Zum ersten Mal? Ja. Ja. Ich bin... Noch nie in deinem Leben dererlei Fantasien gehabt? Doch schon, ja. Aber noch nie so intensiv. Das heißt, du hast auch überhaupt gar keine Erfahrungen mit Männern? Nein. Aber der Typ kam auf mich zu. Ja, und so hat er einfach Knall gemacht. Wie kam der? In welcher Situation? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie kam der auf dich zu? In der Kneipe. In einer normalen Kneipe? Ja, in einer ganz normalen Kneipe. Wir haben nebenan gesessen und, ja, Pengen gemacht. Und dieser Mann ist schwul oder ist es auch ein bisexueller Mann? Nee, der ist schwul. Wie alt? Der ist ein paar Jahre jünger als ich, also der ist 35. 26 Jahre verheiratet, sagst du? Ja. Mit Kindern? Ja, mit zwei Kindern. Wie alt sind die Kinder? 25 und 17. Jetzt hat Papa sich in einen Mann verliebt. Tja, das ist mein Problem. Seit wann? Seit drei Monaten. Ist da schon irgendwas geschehen? Ja. Das heißt, ihr hattet auch schon Sex miteinander? Ja. Du hattest zum ersten Mal in deinem Leben Sex mit einem Mann? Ja, das war total schön. Hat dieser Mann sich in dich auch verliebt? Ja. Und das heißt, du hast jetzt quasi eine Affäre, heimlich? Ja, ich habe eine Affäre, das ist schon mehr als eine Affäre. Das ist mehr als eine Affäre, also das ist eine heimliche Liebesverbindung läuft da. Ja. Ist der Mann Solo? Ja. Deshalb habe ich ja auch ein schlechtes Gewissen. Und der weiß, dass du verheiratet bist? Ja. Ich spiele mit offenen Garten, also... Du hast das schlechte Gewissen vor wem? Vor mir selber. Irgendwo vor mir selber. Welche Rolle spielt deine Frau? Im Moment gar keine mehr. Hast du ihr gegenüber auch ein schlechtes Gewissen? Schon. Ich meine, nach 26 Jahren schon, ja. War denn die Ehe, bevor das passierte mit diesem Mann, eigentlich schon, ja, erledigt, leblos? Ja. Ihr wart einfach nur so zusammen, weil man halt zusammen ist? Ja. War eingefahren, war eing... Ja, schon. Mhm. Ja. Hast du denn mit deiner Frau in der letzten Zeit noch geschlafen? Nein. Auch schon vorher nicht, bevor du den Mann kennengelernt hast? Ähm... Längere Zeit nicht. Ja. Und wenn das dann passierte, war das vermutlich... Routine? Ja. Ja. Du liebst deine Frau nicht mehr? Nein. Hast du das für dich schon mal so formuliert? Ich liebe meine Frau nicht mehr? Ja, schon öfter. Ich hab's angezweifelt. Mhm. Und jetzt ist es dir durch diese Liebe zu diesem Mann ganz klar geworden? Ja. Ja. Das heißt, da ist nicht nur... Da bricht nicht nur, in Anführungszeichen, eine Ehe auseinander, weil ein neuer Mensch, eine neue Liebe da ist, sondern es kommt auch noch hinzu, dass du dir eine ganz neue Identität verschaffen musst. Richtig. Weil du auf einem Typ stehst und das wahrscheinlich vorher in deinem Leben, in deinen Denkmustern gar nicht so stattgefunden hat. Richtig. Wer weiß jetzt davon schon? Keiner. Außer dem Freund? Ja. Also in deinem Umfeld weiß das niemand? Nein. Du hast keinen besten Freund, oder mit dem du dich darüber besprechen könntest? Nein. Wie oft siehst du deinen Freund? Zwei-, dreimal in der Woche. Mhm. Wir haben jetzt Reisen miteinander vereinbart. Wir fahren in drei Wochen zusammen nach Köln. Mhm. Ich habe heute gebucht. Aber das heißt, dann musst du deine Frau natürlich immer belügen. Bitte? Ich sage, dann musst du ja deine Frau immer belügen, wenn du irgendwo hingehst oder hinfährst. Dann musst du immer was anderes dir ausdenken. Das ist richtig. Das ist auch mein Problem, ja. Mhm. Mhm. Wenn ich wie eine Zauberfee so schnippen könnte, was würdest du dir von mir wünschen? Wohin soll ich dich schnippen, in welches Leben? In mein anderes Leben. Wie sollte das andere Leben aussehen? Mit meinem Freund. Das heißt, du bist, es ist so tief und so weit entwickelt, dass du dir wirklich vorstellen könntest und auch den Wunsch hast, mit diesem Mann so richtig zusammenzuleben. Ich möchte ihn heiraten. Du möchtest ihn heiraten. So weit ist es schon. Ja. Ja. So weit ist es schon. Mhm. Ja. Und er hat mir einen Antrag gemacht. Ich habe ihm einen Antrag gemacht. Also, pfff, geht ohne Ende. Okay, das ist alles schön und klingt auch alles romantisch. Aber dafür muss ja erstmal das Leben geregelt werden. Das ist mein Problem, ja. Das heißt, du musst dich von deiner Frau trennen. Ja. Und wahrscheinlich so schnell wie möglich. Ja. Ich werde auch krank davon. Was hält dich denn davon, äh, das ist auf drei Monate geht das jetzt, ne? Ja. Das Ganze, äh, was hält dich davon ab, äh, also zumindest den ersten Schritt deiner Frau gegenüber zu tun, dass du sagst, ich möchte, dass wir uns trennen. Du musst ja den zweiten Schritt noch nicht sofort machen, vielleicht, dass du einen Freund hast und schwul geworden bist. Warum machst du den ersten Schritt nicht? Ja. Da hängt so viel dran, finanziell und mit den Kindern und, äh, wir haben gebaut und da hängt einiges dran, ey. Ist klar. Michael, aber du bist nicht der Erste in deinem Alter, der sich von seiner Frau trennt. Und das ist jetzt erstmal egal, ob das ein Mann oder eine andere Frau ist, die da jetzt aufgetaucht ist. Ja. Es gibt leider tausende von Ehen, die sich auch zusammen aufgebaut haben, wo auch sehr viel dran hängt, wie du sagst. Und man findet eine Lösung, man findet ein Modell. Wie ist denn die Stimmung zwischen dir und deiner Frau? Total neutral. Meinst du, dass sie irgendeine Ahnung hat, dass da was los ist? Ja. Ja. Meinst du, sie denkt, da ist eine andere Frau? Nein, ich glaube schon, sie denkt, da ist ein anderer Mann. Aber warum denkt sie das, wenn du nie in der Richtung irgendwie dich geäußert hast? Ja, gut, ich habe vor 16 Jahren meine Frau geschwängert. Und seitdem ist nicht mehr allzu viel gelaufen, ab und zu mal. Und du meinst, daraus könnte sie schließen, dass du auf Männer stehst? Ja. Na gut, wie auch immer. Ja, Michael, das ist natürlich ein schwerer Schritt, aber letztendlich ist es aber auch eine Befreiung für dich, wenn du es tust. Ja, ich muss es tun. Es führt gar keinen Weg daran vorbei. Du scheinst mir ja so sicher zu sein in deinen Gefühlen, dass ich gar keinen Zweifel habe, dass das stimmt. Also, dass das Gefühl stimmt, dass das Gefühl sehr tief ist. Das ist wahnsinnig tief. Aber ich habe jetzt meinen Schatz kennengelernt. Ja, so. Das heißt, dann musst du, freue dich doch einfach mal darüber, erst mal vielleicht, dass du eine Liebe gefunden hast. Das ist doch grandios. Und mit dieser Freude im Nacken, sage ich mal, kann man ja vielleicht dann auch viel eher all die komplizierten Dinge erledigen, die dann jetzt auf dich zukommen. Ja, das ist wahnsinnig schwer, ne? Ja, natürlich. Es fällt nicht vom Hügel. Schritt zu machen. Ich bin jetzt, wo ich wohne, auch kein Unbekannter. Und sich dann komplett verorten. Ist mir klar. Ist mir völlig klar. Was machst du vom Beruf? Ich bin Bankkaufmann. Ist mir klar, dass dein ganzes Leben, dein ganzes Umfeld, alle Bekannten, Verwandten und so, alles wird sich verändern. Du wirst ein komplett neues Leben wahrscheinlich beginnen. Ein paar werden übrig bleiben, ein paar wenige, wenige, gute, sage ich mal. Interessant wird es sein, wie deine Kinder reagieren. Wie schätzt du das ein? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das eine Kind ist 25. Das andere 15. Aber weißt du, ich würde mir jetzt auch gar nicht über alle Details jetzt so erstmal den Kopf machen. Was ist in der Nachbarschaft? Was ist mit der Verwandtschaft und so weiter? Weil das erschlägt dich einfach. Ich würde jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Der erste ganz große Schritt ist getan in deinem Leben. Da konntest du nichts für. Es hat dich erwischt. Du bist verliebt und du hast dich in einen Mann verliebt. Ich bin verliebt ohne Ende. Und das ist doch toll. Das ist doch sensationell. Der nächste Schritt ist, dass du versuchst, fair und ordentlich dich von deiner Frau zu trennen. Wenn du das geschafft hast, glaube ich, dass dir ein großer Stein vom Herzen fällt, weil du freier bist. Und dann kannst du sehen, du musst ja nicht gleich mit wehenden Fahnen durch alle Straßen rennen, hier, ich bin jetzt schwul oder so. Nein, mach ich. Das kann ja, das soll ja alles so peu à peu kommen. Michael. Ja. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Letztendlich würdest du dir aber das Ähnliche sagen, was ich dir gesagt habe. Ja. Aber wir können es gerne machen. Vielleicht kann sie dir auch noch, wenn du das gerne möchtest, auch noch eine Beratungsstelle nennen, wo du vielleicht hingehen könntest und dir dann noch ein bisschen Rückhalt holen. Ich glaube, es hat mir sehr geholfen, jetzt mit dir zu sprechen. Also das fand ich einfach toll. Und möchtest du nicht weitersprechen mit meiner Psychologin? Ja, doch so. Okay. Du kannst es ja abbrechen, wenn du nicht mehr möchtest. Ich muss es jetzt leider abbrechen, weil die Sendung vorbei ist, lieber Michael. Ja, okay. Das Wichtigste habe ich dir gesagt. Ich beglückwünsche dich zu deiner Liebe. Und jetzt hau rein. Bring Ordnung in dein Leben. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Hatten einen guten Tag. Das freut mich sehr. Tschüss, Michael. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Gunnel Blendin und Thomas Widdich. Wir sind am Montag wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss. Bis Montag. Tschüss. 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 Vielen Dank.